Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Beer Map! Im Beer Map Krimi. Ich glaub ich mehr hier erstmal nicht mehr. I don't know, ey. Das ist ja crazy wie viel das hier ist. Hier nochmal eben so ein bisschen setzen wir jetzt hier aus. Mehr hin da hinten eben noch den Rest zu Ende. Erst mal gucken wie viel das gibt hier. Crazy Shit, ey. Viel zu viel. Wenn das jetzt alles heu ist, ne. Da kommen ja zig Beine zusammen. Aber wahrscheinlich werden wir die Wiese dann hier hinterher fliegen müssen. Ich glaub nicht, dass das hier nochmal so nachwächst. Ich hab keinen Plan. Wenn nicht, muss man es im Frühjahr nochmal fliegen. Aber ich glaub, da wird's drauf hinauslaufen, ne. Dicken Schleppern mieten. Dicken Schlepper haben wir, aber dicken Flug. Eben drüber muckeln. Also ich hab hier den ganzen Teil abgehobelt, ne. Und das hab ich jetzt mal eben noch gemacht. Aber, boah. Wo ich das jetzt alles zu hohe mache, hier. Ist unendlich. Ne, das ist zu viel. Also, heider nein, du. Ja, du kriegst sie ja. Klappt die. Oh, jetzt klappen die sich wieder nicht ganz ein, oder was? Jetzt. Oh, nee. Ja, das ist viel zu viel, was wir hier schon gemäht haben. Oder ich gemäht habe. Crazy, ey. So, komm, wir bringen eben das Moped wieder zum Hof. Und dann müssen wir uns eben um Dreschkasten kümmern. Ähm. Das muss auch fertig. Ja, und dann eigentlich erst Ballen fahren, ne. Also immer so zwischendurch, ey. Ich glaube, wir mieten uns auch erst mal größeren Wänder für die Wiese. Dass das mal so ein bisschen jetzt auch mal hin fortkommt. Und da auch mal Oh, nee. Einer, nein. Fahren kann er auch nicht mehr. Ja, ist Geschichte. Fahren kann er nicht mehr. Ist vorbei mitfahren können. Hehe. Schick dran. Ich glaube, ich habe zu große Maschinen für meinen Hof. Aber eigentlich sind die noch zu klein. Bei den Flächen hier da liegst du die Ohren an, du. Da zackt die. Ganz ehrlich. Sind schon Hammerflächen. So, der soll da rein, ne. Die Mehrwerke passen die da rein? Okay, let's have a look. Oh, nicht mehr Mädchengang rückwärts voran. Ey, nichts gegen Frauen und Mädchen, ne. Ich sag das immer so, Mädchengang. Ja, Siggi, passt da nicht mehr rein da? Wie ist das denn wieder? Schick dran. Mann. Läuft hier. Richtig gut. Passt du da rein? Kommst du hier rein? Hehe. Wahrscheinlich passen die da auch gar nicht rein. Doch, wie passen sie rein? Gut, gut, gut. Wohnt ihr erst hier? Und ne, ich mach mal vorne das Gerät an. Cool. Schick dran hier, du. Wir haben eilig. Ja, eilig? Ja, doch, wir haben wirklich mal eilig. Wir müssen auch mal was schaffen. So, du wohnst jetzt erst da. Danke. Schlipper weg. Schlipper beiseite. Du musst wahrscheinlich später da dran. Dann warte erst kurz hier. Wir müssen nämlich in den Dreschkasten. wir müssen eben die Islandborne beseitigen, wo er keinen Bock darauf hatte, ne? Dann muss er eben fix erledigt werden, ne? Könnten wir aber eigentlich in den Tempomat reinkloppen, weh? Ne, lass mal. Der Kurs kann schon mal raus, ne? Dann machen wir doch mal den ersten Wegpunkt. Wohl, da müssen wir nachher weitermachen. Oh. Ich bin platt wie ne Flunde. Schick dran, Mist. So viel Koffee kann ich gar nicht trinken, du. Hey da, nein. Ja. Tempomat reinkloppen, weh. Und mal hatten den Nachbarn da gemacht, der Soja-Böhnkist. Korrekt. Habt ihr uns da was von abgibt? Weiß ja nicht. Noch haben wir ja ordentlich Talers, ja. Aber nicht mehr lange, ne? Wir müssen halt den Restmaschinen noch kaufen und dann wird das Geld weggeschrieben. Das ist ja logisch, ne? Aber ein nach dem anderen. Irgendwas läuft hier. Sieben Prozent? Okay. Wir müssen planen. Aber ich weiß auch noch nicht, wie. Ich verstehe auch nicht, warum man die Bahn hier stehen lassen hat. Ist mir ein Rätsel. Aber nicht wundern, ne? Ist er. Entschuldigung. Ist ja auch eine Mittagstunde, ne? Ja, ey. Ich hab so kleine Zahlen in OBS, ne? Kann ich gar nicht lesen. Weiß nicht, was er da wieder fabriziert hat. Letzte Folge ist mir schon viel zu lang geworden. Schlecht in der Trache, ne? Kein Wunder. Bei dem Trache-Krimi, den er hier hingelegt hat. Dann haben wir eben da fix hingefahren. Dann nehmen wir das nämlich hier auch eben mit, ne? So. Nix für schenken. Kostet alle Geld. Guck dir hier, Polisien. Ja, Lauf bei euch, ne? Schick hier, ne? Ja, sach ich ja, sach ich ja. Hier ist aber auch mächtig stehen, letzten Wett. Das ist eine Bahn übersprungen, in meinen Augen. Egal, kriegen wir hin. Ob seine Lahn läuft. Easy peasy, eine Bahn übersprungen. Aber haben wir ja auch gleich geledigt, ne? Uiuiuiuiui Uiuiuiui Die momento nicht gut, wenn Ich glaube, wir haben nur eine Fläche zu erenden Dann sind wir auch erstmal mit Ernten durch Hey, ein Segen, das hält ganz schön auf Sehen wir nur noch zwei, drei andere Sachen nebenher machen willst, ey. Puh. Dann ist wohl so, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Er hat hier auch unterste Sohle gedroschen. Dann müssen wir mal im Busch da, ne? Da ist alles kaputt. Da war der Bogenkäfer drin oder was? Für ein Viehzeug. Kein Plan. Aber ist nicht gut. Die ist ja gott keine Trabel. Ich muss schon wieder gehen. Entschuldigung. Oder ist wieder so'n Tag? Weiß ich auch nicht. Wir haben mal einen Schluck Kaffee zwischen. Prost, Leute, ne? Und mal an den Hubel. Weißi. So. Äh. Ich muss hier hin. Kein Kurs. Wo sind wir überhaupt? Auf Watten. Auf Felt 60. Und mal meinst du... 7,9? Passt das? Kann ja gar nicht. Das ist doch nicht 7,9, oder? 7,7. Wollt ihr mich verläppeln, oder wat? Oder wat, ne? Wat haben wir in der Steckdose? Kennt ihr dat? Sag mal, wo ist denn... Mein Cursor? So. 7,9. Ist nicht. 7,7 ist das. Deswegen hast du das auch so spackig gemacht da. Speichern. Neue Ordnung. V60. 60. Holz Chlor. Dann tun wir den Cursor rein speichern. Curs speichern. Aktivieren. Dresch. 7,7. Äh. Premium? Ne, ist nicht Premium. Sveni. Aufpassen. Geht jetzt nicht. Shit. So, du gibst die Schubrakete. Ja, das läuft schon mal. Wir müssen eben in den Hyundai. Nicht B, D. Obwohl C ist besser, ne? Aber können wir aber eben so machen. Wir müssen ja auch von der Fläche runterkommen. Das war ein Fehler. So, jetzt aber. Uns ein bisschen beeilen. So, rechts werde ich wieder zurück sauen, ne? Mach das vernünftig. Ich seck die, das. Dann hier brauchst du aber eigentlich größere Kippen. Dann hier sind nicht so kleine Buben, wie wir hier damit fahren, du. Oder zwei Wagen. Bist ja ewig under the way, ne? Aber. Egal. Hauptsache, wir schaffen das. Dass wir rechtzeitig zurück sind. Gibt es hier eine Toilette unterwegs? Shit-Kram. Jetzt haben wir es gleich, ne? Das läuft. Ich musste Head-Tracken-Suspension noch aktivieren. Ich habe es total vergessen, Mann. Echt Asche auf meiner Haupt. Wir haben wieder nichts geschafft heute, ne? Ein bisschen Gras gemäht. Ein bisschen was abgeerntet. Und 35.000 Mal mit der Maschine durchgegengejuckelt, hier, du. Shit-Kram. So. Gibt mir das noch ab. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt schon mal, danke fürs Zugucken, bis ihr hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Mir ist ja ganz ehrlich, ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, ähm, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.